hallo 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 ja schönen guten tag mein name ist der herr vincent lambkin vom bauer mediacorp aus hamburg ich hätte gerne bitte den herr patel bagar war gesprochen ja der ist mein telefon guten tag ich ruf an sie haben sich für einen grill den wert von 250 euro sich registriert man kann sie ganz schlecht hören können sie telefon bissel von mund bitte weg machen das rauschen sie haben sich im internet eingetragen um ein grill im wert von 250 euro zu gewinnen genau und wie sind der hauptsponsor wir investieren das gewinnspiel mit unabhängig vom gewinnspiel haben wir jetzt mal für die ersten 30 ausgewählte teilnehmer winterpakete vorbereitet wenn sie sich gerne auch bei mir entsichern können genau einmal ein paket für sie habe ich herr pagava eingepackt an der teleprämie da habe ich dabei entweder eine smartwatch vom blaupunkt eine kapsel kaffeemaschine von shibu die kaffee pur in schwarz oder auch ein 133-teiliger werkzeugkoffer was gefällt ihnen davon bitte mehr als geschenk herr pagava habe sie gerade nicht gesagt ein windelpaket und jetzt werkzeug sagen ein winterpaket winter ein winterpaket ja das ähm was nicht windelpaket ja das ich habe windelpaket verstanden deswegen habe ich gar keine kleine baby mehr da kann ich nicht gebrauchen aber dann würde ich sagen das ist jetzt kostenlos ja gewonnen genau entweder genau entweder eine smartwatch werkzeuge bauen der werkzeugkoffer wäre interessant ja was was kann man sagen was da drin kommen bei koffer was da drin befinden schraubengehör wasserwaage hammer massband zollstock also 133 teile das ist sehr gut und was für ein viermal das post kommen das weiß ich nicht da kenne ich mich nicht ich hätte davon ein mannesmann mit 122 teile ich mit zehn jahren garantie das gut mannenmann sehr gut bei bei fernseh kann das bei ein serie kommen also bestimmt sehr gut dann von mannesmann den bitsatz mit 122 teile ich mit zehn jahren garantie zehn jahren genau zehn jahren garantie hat der bitsatz das ist gut weil ich immer viel arbeiten und wenn kaputt dann kann man reklamieren machen genau das ist die willi brandstraße 88 jahre in 10557 in berlin berlin genau genau dann gibt es noch einen zweiten teil der packer war da laden wir vom bauverlag sie gerne ein zum lesen einer der besten beliebtesten magazine zum vortragspreis ohne königströsten nach ein jahr entscheiden sie selber von ausgabe zur ausgabe ob sie weiter lesen möchten falls kein interesse mehr besteht ein kleiner anruf genügt wir kommen sie bequem nach hause dann zugeschickt wegen dem grill meinen oder wie hallo der bitsatz ist als geschenk und dann gibt es noch einen zweiten teil wir hatten doch wegen grillsprechen wegen den napoleon die verlosung war noch nicht das wird noch ausgelöst also wann wann das passiert gehen sie noch separat bescheiden wann ist in dem monat sehr gut genau das wird noch ausgelöst bei uns gibt es den werk die den bitsatz mit 122 teilen als geschenk und dazu können sich eine genau und dazu können sich eine zeitschrift nach jeder wahl zum vortragspreis bequem nach hause zugeschickt nur für ein jahr ohne königströsten ja also das den anleitung für den werkzeugauferung ist mit enthalten ja nicht meintes einen heften für das genau wer die selbst ist der mann interessant wie bitte wer die selbst ist der mann für sie interessant was ist das die heimwerker zeitschrift selbst ist der mann heimwerker zeitschrift ja bitte nicht so schreien meine kopf geht kaputt also die heimwerker zeitschrift selbst ist der mann das ist so für die interessanten sie bequem nach hause zugeschickt bekommen das ist so zu selber bauen machen genau so da sind renovierungsarbeiten drinnen ja projekt arbeiten wie garten haus spielzug renovieren ausbau neubau möchten die die selbst ist der mann bequem ist nach hause zugeschickt bekommen ist da auch mit ziekenstall drinnen genau den ziekenstall machen bei flujahr weil jetzt bei winter ist boden zu hart kann man nichts machen genau das ist ein heimwerkerheft alles über das heimwerken das ist ja nichts aber eigentlich meine bruder den alle machen was was sonst noch eine auswahl das bitte geben da habe ich eine fernsehzeitschrift alle 14 tage die tifa movie da sind alle fernsehprogramme einhalten ja mal eine frage wer ist das frau hinten was schreien die kann immer ein frau hören das ganz laut reden das ist eine kollegin ja warum die so schreien das weiß ich nicht das kann ich nicht sagen das tv ist eine fernsehzeitschrift ne tv nichts von der gar keine zeit zu fernsehung sein das kann man gar nicht immer aber interessieren sich für autos das motorrad oder motorrad drinnen bei wie heißt es selektion auswahl da habe ich die autozeitung also motorsport neu erscheinung wird die interessant für sie entschuldigung ich höre dauernd die frau bei hintergrund die immer nach straße fragen ich wollte gerade antworten die autozeitung ja was vielleicht interessant vielleicht einmal aufzählung was generell geben dann kann ich stopp sagen weil bestimmt viele auswahl da habe ich die autozeitung da habe ich die autozeitung classic cars da sind vergleichte oldtimer modelle die erscheint nur einmal im monat für 4 euro 39 pro heft für ein jahr das oldtimer ist nichts interessant ich bin ja selber oldtimer da habe ich zum beispiel auch die autozeitung dass wir so motorsport neuerscheinung kauf versicherungs unterhalt themen wäre das was für sie hat das auch nicht so ganz ist irgendwas mit mit technik so weiß nicht so ist radio oder computer ich hätte nur ich hatte das tv programm sporttechnik vergleicht hast die tv movie nennix tv das elektrik irgendwas mit so gamestar oder so ich hätte da könnten sie nach dem vierten monat wechseln im kunstservice anrufen da könnten sie pc bett nehmen und computer bett nach dem vierten monat das ist mir zu gefährlich zu umständlungen machen das will der einfach haben ich habe keine zeit zur telefonierung machen oder sie könnten die selbst ist am annehmen für ein halbes jahr und nach dem vierten monat können sie dann beim kunstservice anrufen und sagen dass sie was im computerbereich haben möchten da wird das dann so für sie dann nach hause zugeschickt ich muss sagen dass sehr sehr gute kundeservice weil du würdest eine grillgewinnung machen jetzt das werkzeugkoffer wahrscheinlich schon mehr wert als den grill und dann auch noch zeitung kriegen das sehr gut können sich eine zeitschrift aussuchen ja aber wie firma geld verdienen wenn alle sachen versenken die frage mir weil ich selber habe firma das weiß ich nicht da kenne ich mich nicht aus das heißt die einfach dass sie die ganze tag leuten anrufen und sagen du bekommst geschenke das bestimmt eine sehr gute arbeit oder viele menschen sehr freundlich sehr freuen ja ja das ist ja nur zum geschenk zum lesen für ein jahr das ist so wie lange sie schon machen eine halb jahre dann dann bestimmt gute gute arbeit wenn meine brüder einmal bei eines callcenter arbeiten der noch zwei wochen sagen ich gehe nach hause okay warum so schnell und ja weil die wollten das wie sagt man bei deutschland das die betrugung machen und vielleicht werde mit dabei gewesen zum glück ist der gute gute chakramanta und ist der gegangen der ist keine keine beendet ja welche zeitschrift werden jetzt interessant will ich bin bei allen nichts ganz so heimwerken gibt es vielleicht auch was schon mein frau ja wir haben da eine wohnidee dass wir ein einrichtungsmagazin mit nützliche tipps über dekoration alte feueraktionen oder kochen backen die lecker hätte ich dabei gut weil mein frau das kann sie nicht essen ja kochen und backen tut ja jeder ja wir müssen ja irgendwie damit leben genau da habe ich die lecker die erscheint nur 10 im jahr das wäre pro ausgabe 24 das wäre halbjährlich 21 euro und den witz hat obendrauf als geschenk das koffer oder genau im witz hat mit 122 teile ich mit 10 garantie gibt es als geschenk ist es jetzt werkzeug koffer oder bitt mit sammlung ich hätte bitt sammlung oder werkzeug koffer können sich ausrufen was ist was werkzeug ist das koffer besser glaube ich oder der werkzeug koffer ja den kann man denke ich immer gebrauchen dann der werkzeug koffer und die lecker und wann das koffer kommen also sie bekommen in nächsten 14 tagen das begrüßungsschreiben an die e-mail-adresse restaurant.bombay.berlin.gmx.de dann bekommen sie die erste zeitschrift die lecker wenn sie die erste zeitschrift die lecker halten dann buchen wir den ersten halbjahresbetrag ab die 21 euro für die zeitschrift lecker und nach erfolgreicher abbuchung drei sechs wochen wird der werkzeug koffer anders ja warte mal du nicht du gesagt dass das preisen bekommen jetzt wieder geld von mir haben ich habe gesagt der werkzeug koffer wird geschenkt und die zeitschrift wäre zum vorteilspreis für ein jahr zum lesen ach so jetzt habe ich nichts verstanden dann würde ich sagen dass koffer gerne nehmen aber das zeitung dann nicht nehmen okay weil das wäre nämlich ein gesamtpaket zeitschrift nach rieger wahl für ein jahr lesen bloß ein geschenk ja das ist ja wenig wenig was kaufen muss kaufen das ist doch keine geschenke das ist wenn ich kunde bei restaurant sagt hier du kannst gratis trinken aber du musst auch essen okay dann nehme ich das angebot raus und dann weiterhin viel glück bei der verlösung ja aber das ist doch nicht okay du sagst den leuten du kriegst was und dann muss du was kaufen das ist doch nicht in ordnung was ist mit dem grill das wird ausgelöst da kriegen sie separat von den veranstalterbescheid der grill wird ausgelöst genau ende des monats der wird ende des monats ausgelöst aber wo wird denn eigentlich erst nächsten sommer wieder grillen wird jetzt doch kalt draußen kann man so lange dann aufbewahren kann ich kann ich mal mit das nette frau hinten reden die ganze zeit reinschreien die ist gerade beschäftigt der kann kann ich warte schleife und mit der bitte reden weil das nicht gut dass viele leute bestimmt auflegen weil die so schreien ja ich sag das jetzt den kollegen dann noch mal bescheid schönen tag wenn ich noch aber aber nichts schlagen ja